Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakas. Schön, dass du zum Uploadplan einschaltest. Der gilt jetzt vom 30.10. bis zum 5.11. Schön, dass du da bist. Und du siehst schon, es startet ein neues Projekt auf meinem Kanal. Und zwar von Montag bis Sonntag kommt jetzt dann Wildlife Park 2 Abenteuer auf der Ranch, wo Pferde gezüchtet werden und eine tolle Ranch aufgebaut wird. Ich bin gespannt, wie dir das Ganze gefällt. Natürlich ist auch Star Stable weiter mit von der Partie. Ist ja ganz klar. Und da freue ich mich auf das neue Update. Ich hoffe ja immer noch, dass Thompson kommt. Mal sehen, was uns am Mittwoch erwarten wird. Montag übrigens fällt Star Stable aus. Gestreamt wird auch Star Stable auf jeden Fall die Woche. Allerdings am Freitag bin ich den ganzen Tag unterwegs. Am Samstag bin ich auch nicht da. Also wann die Streams stattfinden, das siehst du aber. Das kündige ich an in der Abo-Box, damit du immer Bescheid weißt, wann der nächste Stream kommt. Keine Sorge, du verpasst da nichts. Auch Follow-me-arounds und so weiter aus dem Lucky Pony Stable sind natürlich weiter mit am Start. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und ich sage jetzt viel Spaß die Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.